Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Hörbuchvorstellung. Wir hören der Donnerstagsmartclub von Richard Oßmann. Gelesen wird das Hörbuch von Johannes Steck und Beate Himmelsstoß. Der Cosi Crime Krimi aus England ist schon seit einiger Zeit auf der Bestsellerliste. Deshalb möchte ich dieses Hörbuch vorstellen. Den Inhalt und noch mehr Hörbuchinfos findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's auch schon los. Fangen wir mit Elisabeth an. Einverstanden? Der Rest ergibt sich dann schon. Ich wusste natürlich, wer sie war. Elisabeth kennt hier jeder. Sie hat eine von den vier Zimmerwohnungen im Lakencourt. Die Eckwohnung mit der Sonnenterrasse. Und einmal war ich im selben Quizteam wie Steven, der aus diversen Gründen bereits ihr dritter Mann ist. Ich saß beim Mittagessen. Ein, zwei Monate ist es jetzt her. Und es muss Montag gewesen sein, weil es Shepherds Pie gab. Sie wolle mich nicht bei meiner Mahlzeit stören, sagte Elisabeth. Aber sie habe eine Frage an mich zum Thema Stichwunden, wenn ich nichts dagegen hätte. Ich sagte, wieso denn, nein, fragen Sie nur, oder etwas in der Art. Ich werde mich nicht immer ganz einwandfrei an alles erinnern, das schicke ich lieber gleich voraus. Jedenfalls klappte sie daraufhin einen Ordner auf und ich sah ein paar getippte Seiten und Ränder von alten Fotos. Sie kamen ohne Umschweifel zur Sache. Ich solle mir ein Mädchen vorstellen, sagte sie, das mit einem Messer attackiert worden war. Ich fragte, mit was für einem Messer? Und Elisabeth meinte, höchstwahrscheinlich einem ganz ordinären Küchenmesser. Nie Roster. Das sagte sie nicht, aber das war meine Assoziation. Dann sagte sie, ich solle mir vorstellen, dass auf dieses Mädchen drei- oder viermal eingestochen worden war, gleich unterm Brustbein. Rein, raus, rein, raus. Sehr scheußlich. Aber Arterie sei keine durchtrennt worden. Sie redete ziemlich leise, weil überall um uns gegessen wurde. Und irgendwo zieht selbst Elisabeth die Grenze. Da saß ich also und stellte mir Stichwunden vor. Und Elisabeth wollte wissen, wie lange es meiner Meinung nach dauern würde, bis das Mädchen verblutet sei. Ach ja, das sollte ich vielleicht dazu sagen. Ich war viele Jahre lang Krankenschwester. Nicht, dass Sie sich jetzt wundern. Und Elisabeth wusste das offenbar irgendwoher, weil Elisabeth alles weiß. Sonst ergäbe Ihre ganze Fragerei ja gar keinen Sinn. Im Moment fehlt mir noch die Übung im Schreiben, aber das wird schon noch, versprochen. Jedenfalls tupfte ich mir den Mund, bevor ich antwortete, so wie man das manchmal im Fernsehen sieht. Dadurch wirkt man intelligenter. Probieren Sie es aus. Dann fragte ich, wie viel das Mädchen gewogen hatte. Elisabeth suchte in ihrem Ordner, fuhr mit dem Finger eine Seite hinab und las vor, dass das Mädchen 46 Kilo gewogen habe. Was uns beide aus der Bahn warf. Denn weder sie noch ich waren uns sicher, was das umgerechnet hieß. Ich hatte so ein Gefühl, dass es um die 23 Stone sein mussten. 2 zu 1 schwebte mir vor. Oder waren das Inches und Zentimeter. 23 Stone könne auf keinen Fall stimmen, sagte Elisabeth. Denn sie habe ein Bild der Leiche in ihrem Ordner und sie sei definitiv kein Koloss. Sie tippte noch einmal auf die Seite und sagte dann in den Saal hinein, Kann jemand Burnett fragen, wie viel 46 Kilo sind? Burnett sitzt immer für sich allein. An einem der kleinen Tische vorn beim Lichthof. Tisch 8. Streng genommen tut das hier nichts zur Sache. Trotzdem ein paar Worte zu Burnett. Burnett Cottel war sehr nett zu mir. Als ich neu in Coopers Chase war. Er gab mir einen Ableger von seiner Clematis und erklärte mir den Recyclingplan. Burnett war früher Professor. Irgendetwas Naturwissenschaftliches. Und hat auf der ganzen Welt gearbeitet. Er war sogar in Dubai. Bevor irgendjemand sonst von Dubai gehört hatte. Zum Essen trägt er immer Anzug und Krawatte. Lies dabei aber den Daily Express. Mary, die im Ruskin Court wohnt und ihm am nächsten sitzt, sprach ihn an und fragte ihn, wie viel 46 Kilo auf gut Englisch seien. Burnett nickte und rief zu Elizabeth hinüber. Sieben Stone drei plus minus. Da haben sie Burnett. Elizabeth bedankte sich und sagte, das komme ziemlich genau hin. Und Burnett wandte sich wieder seinem Kreuzworträtsel zu. Hinterher schlug ich das mit den Zentimetern und Inches nach. Und wenigstens das stimmte. Elizabeth kam auf ihre Frage zurück. Wie lange hätte das Mädchen mit den Messerwunden noch zu leben gehabt? Ich sagte, wenn die Wunden unversorgt blieben, etwa 45 Minuten. Ja, nicht wahr, sagte sie und ließ gleich die nächste Frage folgen. Und wenn das Mädchen medizinisch versorgt worden wäre? Nicht zwingend von einem Arzt. Einfach von jemandem, der eine Wunde verbinden konnte. Jemandem beispielsweise, der beim Militär gewesen war. Ich habe in meinem Beruf viele Stichverletzungen gesehen. Als Krankenschwester behandelt man nicht nur verstauchte Knöchel. Also sagte ich, dann hätte sie überhaupt nicht zu sterben brauchen. Was eine Tatsache ist. Lustig wäre es für sie nicht gewesen, aber man hätte sie schon wieder zusammengepflegt. Elisabeth nickte auch dazu und meinte, genau das habe sie Ibrahim auch gesagt. Wobei ich Ibrahim zu der Zeit noch nicht kannte. Wie gesagt, das war vor ein, zwei Monaten. Elisabeth kam die ganze Sache verdächtig vor. Ihrer Meinung nach hatte der Freund das Mädchen umgebracht. Das gibt es nach wie vor öfter, als man denkt. Man braucht nur die Zeitung zu lesen. Bevor ich hierher kam, wäre mir diese ganze Unterhaltung reichlich aberwitzig erschienen. Aber sie ist ziemlich alltäglich, wenn man sich erst ein bisschen eingelebt hat. Gerade erst letzte Woche habe ich den Mann kennengelernt, der die Schokominz-Eiscreme erfunden hat. Jedenfalls behauptet er das. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich es nachprüfen soll. Ein klein wenig hatte ich Elisabeth ja doch helfen können. Also traute ich mich, sie auch um etwas zu bitten. Ich fragte sie, ob ich das Bild von der Leiche mal sehen dürfe. Rein aus beruflichem Interesse. Elisabeth strahlte, wie die Leute hier strahlen, wenn man Fotos von ihren Enkeln bei der Abiturfeier sehen will. Sie zog einen DIN-A4-Abzug aus ihrem Ordner, legte ihn verdeckt vor mich hin und sagte, ich könne ihn ruhig behalten. Sie alle hätten Abzüge. Ich sagte, das sei sehr nett von ihr. Und sie sagte, nichts zu danken, ob sie mir noch eine letzte Frage stellen dürfe. Natürlich, sagte ich. Und sie sagte, haben Sie donnerstags schon etwas vor? Und ob Sie es glauben oder nicht, so hörte ich zum ersten Mal von den Donnerstagen. Ich hoffe, euch hat die Hörbuchvorstellung gefallen. Bitte gebt einen Daumen nach oben, denn das hilft dem Kanal. Wenn ihr das Hörbuch bereits gehört habt, dann schreibt doch einen Kommentar, wie euch das Hörbuch gefallen hat. Was mögt ihr am liebsten? Cozy Crime oder Psycho-Suller? Ich bin eher der Suller-Typ, mag aber auch ab und zu Cozy Crime. Dieses Hörbuch könnt ihr kostenlos im Probeabo downloaden. Schaut in die Beschreibung, dort findet ihr Links und weitere Hinweise. Das gekürzte Hörbuch hat eine Laufzeit von 10 Stunden und 17 Minuten. Das ungekürzte Hörbuch geht ca. 1,5 Stunden länger und hat eine Laufzeit von 11 Stunden und 44 Minuten. Das Hörbuch ist am 3. Mai 2021 bei Hörbuch Hamburg erschienen. Hier rechts findet ihr wie immer eine weitere Hörprobe. Bitte lasst auch ein Abo da und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer über neue Hörbücher informiert.